Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute kommt das dritte Beste von Slany und ich würde sagen, viel Spaß. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, heute zusammen mit Thorin. Da schlage ich die Wand. Ich brauche einen Hammer für die Wand. Oh, he cleaned my kill. Fuck you. Go, go, go. Oh, uh. Dead, dead. Run, 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 run. Not dead. I'm dead. Oh, dude. In the second round, together with Thorin. I didn't get a chest blade. I think he's pretty good. I think we don't got him. I get him. Oh. Oh, he don't use a cobra. That was not pretty good. Okay, the last two men. Let's take up off. Sprachenlernen, bubble. Now we'll make another challenge. Playing Skyros without blocks. In English mode. Alles klar, Digga. Ich kann's nicht erklären. Gefällt's, ne? Gleich ganz anders aus. Inzwischen die 433. Runde. Alles klar, Digga. Lauf, 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 lauf einfach. Ja, mach mich. Ich hab ihn, ich hab ihn nicht, hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Äh, ich hab ein halbes Herz. Ist das jetzt ein... Dein Ernst? Du pölschst dich weg. Ah, ist verbrannt. Nein, ich hab den Kill nicht gekriegt. Ich hab's in meinem Leben. Ich hatte null, also. Ja, komm, jetzt rasierst du. Der geht auf dich. Der geht immer nur auf dich. Das ist eindeutig mobbing. Ich werd dir jetzt anzeigen. Das gibt's ne Anzeige. Yeah. Ah, hier ist dreiviertel Diya drin. Guck mal rein. Ja, wirfst uns, wirfst uns Void. Äh, what kinder. Du wüsstest es einfach als Free-Entro. Hab einen runtergetet. Du bist auch runtergetet, zur gleichen Zeit. Ich bin zu schnell runtergef... Mann, du hast mich enttäuscht. Ich hatte keine Chance. Mann. Ah. Bitte. Ja, dann Bau wieder hoch, Steco. Alles klar, Digga. Und das andere direkt hinterher. Perfekt. Und lauf, 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 lauf. Mann, wach, oh, ho, 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 ho.